ARD Text im Auftrag von Funk Ich gehe erstmal hier unten, wenn das möglich ist Aber das ist noch eine scheiß Drohne Ups Hat niemand bemerkt Ich könnte es nicht mindestens zwei Okay Ich versuche mal was Der Audioshock hält für wie lange? Dauert 20 Sekunden Mach das Ziel taub Oder Optik Neustart Mal schauen ob wir den hier leise wegsteilfen können Okay der andere merkt das nicht mal Auch gut Dann müssten wir es ja gar nicht so machen Ich glaube das ist der Netrunner Ja das war glaube ich der Netrunner Da gehen wir gleich hin Kurz markieren Aber wo geht der Lift hier hin? Balkon 21 Also hoch Das wäre glaube ich nicht nötig gewesen theoretisch Aber gib ja ein bisschen XP Roger that White Jacket Ohohohoho Shit So wie Fast in die Hose gegangen Hat der da einfach tausend Minen um sich herum Hat der da einfach tausend Minen um sich herum Das wäre alles Ja, wahrscheinlich Gut gemacht Ein Problem, René Und das ist? Der Arasaka Netrunner Sie hat die Kontrolle von all den Netzwerken Sie müssen sie wegnehmen Sie müssen sie wegnehmen Sie werden sonst nicht Sie werden nicht Die Flöte auslösen können Sie werden nicht Sie ist in einem Unfinished Abartement Gebäude Näher zu dem zweiten Sniper Okay Auf der Weg Habt ihr gerade bemerkt wie Die Mine hoch ging Weil ich ihn zur Mine hingezogen habe Ist ja nicht doof? Muss ich mir merken Für andere Minen Aber ich habe halt auch Eigentlich das ganze falsch gemacht Weil eigentlich wollte ich Die Mine ja entschärfen Ähm Und nicht Shit Nicht um Polen Dann auch wieder bloß Shit Das kennen wir auch schon Ist die Parade eigentlich Angehalten? Oder wieso geht es nicht mehr weiter? Dann geht es nicht mehr Es ist ja nur noch nicht Er kann sich nicht mehr Es ist der Warum ist die Eine Flöte igereinsatz Die Flöte Hier muss ich erst nachher hier hin, ich glaub's. Ich geh erst mal den Netrunner shop, ich glaub die Parade ist jetzt da wo sie hin sollte. Das ist auch ne Kiste. So sprich da wo eigentlich Hanako jetzt sein soll und somit hat sich die Parade jetzt gestoppt. Und jetzt soll da irgendwo noch ein Netrunner sein, der vielleicht ein bisschen uns in die Quelle kommen könnte. Mal schauen. Mal schauen. Mein Papa ist das. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Let's go easy. wertig ist das, was ich so heat? Der, der war, ist ja. Da will ich mich nicht. Schi-o-lo-ma-tsu-ga-e-a-ke-i-de-si Untertitelung. BR 2018 Hört sich schön an. Ah, na, schau. Nicht jetzt. Fuck. Stattes Relic. Was? So is this in the runner? Been on a while. Time for a break. Fuck. Oh shit. Of course you're here. I want you. Na moin. So kann ich keine Granaten schmeißen. Wait a second. Ähm. 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 Ja. Doof. Okay. Wir machen was mit viel Schaden. Powerschrotflinte 270 Schaden. Die macht 40 Schaden bloß. Unser Maschinengewehr sind halt einfach nix. 50 Schaden. Stromgewehr 58 Schaden. Stolzflinte 305. 309. Sind Splittegranaten. Ähm. Was könnte da gut sein? Reicht einmal Schaden. Reicht einmal Schaden. Anflieg gegen Boyir. Ja. Ach. Was ist das? Shit, was mach ich da? Geh da hoch! Ich versuch's! Überhitzen! Optik Neustark! Ich versuch's ja! Takamura, halt die Klappe! Du bist hier nicht im Kampf! Oh shit! Komm schon Bewegungsding ist gut! Und ob Audioshock auch? Was macht Audioshock eigentlich nochmal? Zieltaub stört die Kommunikation! Oh shit! 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 Wo ist das hin? Mach du mal dein Ding, ich lad mal meinen Schutzen nach. Mach du mal dein Ding, ich werde dir das. Oh shit Schnell weiter weiter Ich habe übrigens extra die Die Dinganzeige ausgeschaltet So dass man nicht weiss wie viel Lebende Die Bosskämpfe haben Kannst du dich bitte da oben festhalten wie Ich wäre grandios Dann halt nicht Ja ja ich laufe da grad ein bisschen im Kreis ich weiß Die Dinganzeige ausgeschaltet 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 Ist der da wieder drunter? Ne ich glaube nicht Doch Beweggungsabrat Die Dinganzeige ausgeschaltet Ich spüre mich eigentlich immer gut Ja ja Was nicht umbringen Ähm Habe ich eine Waffe die nicht tödlich ist? Ich meinte es Mach die Waffe nicht tödlich Was ist die Dinganzeige ausgeschaltet? B, was ist your status? I... I managed to Oder Is he dead? Nice Wieso sollte ich Kannst du dich bitte da festhalten wie? Ja Oh Tết Vier Th Moment OM Der Mój Schind strap Shoulders Und wie ich Wie Ich Der Und jetzt habe ich zu viel dabei. Okay, wir lassen ihn leben. Ich mache den Gefallen mal Takemura. Jetzt habe ich natürlich zu viel dabei. Sehr gut. Chunk zerlegen. Bringt gar nichts. Kurz mal die grünen Waffen zerlegen. Weisse Waffen gibt es nicht. Shinjumaru? Oder wie hieß das Ding? Shinjumaru. Der letzte Treffer in einer Combo garantiert kritischen Schaden. Wenn optische Tarnung aktiv ist, sind alle Treffer kritische Treffer und du kannst auf den Gegend zurückspringen. Erhöhter Schaden gegen Elite-Gegner. Hört sich nice an. Jetzt habe ich zum Glück sogar eben die Waffe benutzt, die nicht törlich ist. Nur dank freiem Willen wegen ich lasse dich hier mal liegen und hoffe, dass dich niemand findet. Gibt es hier sonst noch irgendwo was zum Looten vielleicht? Irgendwie eine Kiste. Das ist sonst was. Ich glaube nicht. Ne. Von hier kamen wir. Der Zugangspunkt. Erstmal hier. Okay, das war doof. Ähm, 5, 5. Ja, dann hat nicht. Dann verlinken wir uns hier mal. Okay, Priem. Online and in the system. Hanako's inside. What is she doing? Trying to call someone I think. Try to listen. Do not forget to disarm the alarms. I must be able to enter. Na. 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 Das war's für mich. 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 Okay. Was ist für ein Ende hier von dieser Parade? Hey, Kenny. Das war's für mich. 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 Okay, das lief schnell aus der Kontrolle. Aber die Mission ist damit abgeschlossen. Und ich würde sagen, das war's mit dieser Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Samurai, we have a city to burn.